Man wird halt oft auch sehr schnell hochgejubelt, sag ich einmal. Ja, jeder legt's irgendwo die Schoneile nach einem nächsten Superstar und so weiter und das ist halt heutzutage jeder mal ein Superstar. Und aber was da eigentlich dazu gehört zu dem Ganzen, das ist nicht ein Zufallssieg oder zwei Zufallssiege, wo Sonnenmann-Sterne-Rückwind stimmen muss, sondern da gehört einfach mehr dazu.